hallo meine lieben freunde ich bin hier gerade wieder in gambira im mango paradies für mich eine absolute herzensangelegenheit denn die mango ist eine meiner lieblingsfrüchte und ich weiß noch als ich zum ersten mal in meinem leben in kenya einen mango baum gesehen habe weil ich vollkommen hin und weg und hier sind unzählige mangos diverse sorten wir hatten jetzt schon kleine mangos azucar die sind schon quasi durch jetzt kommen die anderen variedades die anderen sorten das ist für mich wirklich wow so einen mango baum zu sehen wie diese mangos wachsen wie lange das auch braucht und gerade habe ich auch erfahren dass die blätter der mango bäume super gesund sind für personen wie zum beispiel diabetes haben die regulieren den blutzucker wahnsinn also immer augen auf bei allem was man so sieht in der natur es ist immer ein wunder ein wunderschönes hallo jetzt aus mexico direkt an dem katemaco see ich bin hier auf der dachterrasse von der tollen katerina nizold hier hinten könnt ihr den see erkennen und was es hier gibt wieder einen mango baum so habe ich also kolumbien bei den mango bäumen in gambira verlassen und bin hier wieder an einem mango baum gelandet ganz zauberhaft und ich kann sagen es nimmt jetzt richtig fahrt auf die erkenntnisse meiner 14 monate in brasilien und kolumbien jetzt hier richtig auf den punkt zu bringen und es geht ganz viel um bewusstsein oder bewusstsein wir können es ein bisschen spielerisch verhandeln es geht um verständnis und es geht um definition was heißt zum beispiel das wort schamane wer ist ein schamane und warum was ist eigentlich der ursprung was ist die intention von dingen ganz ganz spannende erkenntnisse dazu werde ich einiges schreiben es wird auch eine vortragsreihe in deutschland geben und ja der mango wird mein begleiter sein ein unglaublicher baum und ich freue mich auf euch alle in deutschland in ein paar wochen bis dahin stay tuned und tschüss einen ein Untertitelung des ZDF, 2020